Also jetzt erstmal Mats ab und dann schauen wir weiter. Mats ab, genau das ist das richtige Stichwort. Wir haben ja beide Podcaster und öffentlich-rechtliche gleiche, ähnliche Zielgruppen und ich würde euch gerne meine Tochter kurz vorstellen. Das ist eine Nutzerin hoffentlich von morgen und da hören wir einfach mal schnell rein und ihr könnt mitraten, wenn ihr mögt. Da kann man Filme schauen und selber einen Film aussuchen und das muss man anschalten und dann muss man die Zeilen lesen schon und wenn man die Zeilen können und, hm, das ist auch nichts mehr zu sagen. Und da kann man anrufen. Da geht mein Papa immer ins Radio und da sitzt immer im Radio. Kann man das im Internet hören, wenn der Papa spürst? Meine Tochter ist immer diejenige, die an großen Fernseher dann geht und immer so wischt. Kurze paar Takte vorab zu mir. Ich bin zwar vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber 20 Jahre bin ich eigentlich schon dabei. War vorher bei SWF 3, hab ein Jugend-Multimedia-Angebot, das erste in der ARD aufgebaut, das Ding. Wir haben sogar 2002 einen Grimme Online Award gewonnen und seit 2003 bin ich beim Bayerischen Rundfunk und dort dann in der Intendanz gewesen. Und jetzt baue ich zurzeit mit einem Kumpel zusammen die Softwareentwicklung auf. Eine ganz neue Einheit innerhalb der ARD, die ich euch auch gleich noch ganz kurz vorstellen kann. Ich war aber mit dem, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in puncto Tech, das ist mein Spezialgebiet, passiert ist, nicht sehr zufrieden und habe deshalb 2010 selbst einen kleinen Podcast gegründet. Geek Week nennt er sich. Das Besondere wird gemacht von mehreren Leuten aus den USA. Frederic Landinois ist einer der Top-Schreiber bei TechCrunch.com, kennen wahrscheinlich viele von euch. Und er ist Deutscher und wir haben uns durch Zufall kennengelernt, weil ich für den Deutschlandfunk einen kleinen Beitrag gemacht habe und noch einen Interviewpartner gesucht habe. Und dann auf Englisch mich mit ihm unterhalten habe, bis der Trottel dann sagte, hey, wir können eigentlich auch auf Deutsch reden. Frederic hat übrigens in Mediavistik promoviert. Ganz kluger Kopf, lebt schon seit auch 20 Jahren in den USA, in Portland, in Oregon. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, er hat früher auch gepodcastet mit TechCrunch-Leuten zusammen, wir könnten doch eigentlich mal einen deutschen Podcast machen und es wäre interessant, diese europäische Perspektive und die amerikanische Perspektive mal zusammenzubringen. Und haben uns immer Gäste eingeladen, haben Live on Tape aufgezeichnet und haben dann nach einem Jahr, weil uns Skype einfach von der Tonqualität zu schlecht war, haben eine Voice-over-IP-Software gefunden und die dann eingesetzt. Und den Podcast, den haben wir die letzten sechs Jahre gemacht und uns dieses Frühjahr dann entschlossen, wir machen einfach mal eine Kreativpause, weil wir beruflich alle sehr eingespannt sind. Der nette Herr dort oben rechts ist ein Blogger aus der Schweiz, der Jean-Claude Frick, der macht iFrick.ch und der dort unten, das ist Musti aus Herford, jetzt beim Bayerischen Rundfunk Sozialdemokrat, ein guter Mann. Und der baut die Softwareentwicklung beim BER auf. Naja, und was mich gestört hat, weshalb ich den Podcast damals gegründet habe, war die Tatsache, dass mir all diese Sendungen, auch bei uns im BER, die waren mir zu oberflächlich, zu allgemein, zu viel Zeigefinger, zu viel Belehrung, zu viel Uiuiui, Internet ist böse und Internet ist schlecht. Und dann dachte ich, okay, jetzt machen wir das einfach mal selbst. Und das hat lange gedauert, aber so schlussendlich kamen wir auf Abrufe zwischen 15.000 und 20.000 pro Folge. Mittlerweile hat sich da was geändert. Es gibt bei uns ein Jugendangebot, das nennt sich PULS. Netzfilter heißt die Sendung, das ist die aktuelle. Gibt es Down zu loaden, Christian Schiffer moderiert die. Und da ist viel passiert in der Richtung. Ganz kurz zum BER, ist ein Mitglied der ARD. Die ARD ist ein loser Verbund. Das ist kein Unternehmen, das ist kein Medienunternehmen. Es gibt eine Verwaltungsvereinbarung, wo sich eben neun Landesrundfunkanstalten zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, lasst uns die Arbeit teilen und ein paar Dinge zentralisieren, wie beispielsweise Fernsehnachrichten. Da gibt es die Tagesschau und lasst uns die Korrespondenten teilen. Denn nicht jede Landesrundfunkanstalt muss irgendwo an jedem Ort der Welt einen eigenen Korrespondenten haben. Die größten ARD-Sender sind in dieser Reihenfolge WDR, SWR, NDR. Und an vierter Stelle kommt der Bayerische Rundfunk. Wir haben ein jährliches Budget, hört sich viel an, von knapp einer Milliarde Euro. Für uns arbeiten 4.800 feste und freie Mitarbeiter. Das sind 3.300 Festangestellte und 1.500 freie Mitarbeiter. Wir machen diese Hörfunkangebote links. Das sind ganz klassische über lineare Verbreitungswege verteilte Angebote. Und rechts neue Angebote, die zum Teil nur über DAB oder rein digital über Internet verbreitet werden. Warum lacht ihr? Ich sage dazu mal jetzt nichts. Es gibt Empfänger und es gibt immer mehr Empfänger. Die Empfänger werden auch immer billiger. Und wenn du heute in den Medienmarkt deiner Wahl gehst, dann ist die Möglichkeit, dass du, wenn du dir ein Radio für die Küche kaufst, dass dort ein DAB-Chip drin ist, die vom Preis her gefallen sind, recht hoch. Aber klar, DAB ist etwas, wir als Öffentlich-Rechtliche sind dazu verpflichtet, eine Grundversorgung herzustellen. In der Schweiz ist die Terrestrik ein ganz wichtiges Thema. Die Schweiz ist zwar das einzige Land in Europa, das zu nahezu 100 Prozent verkabelt ist. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass dort über Antennen eine Versorgung hergestellt wird für Krisenfälle und so weiter. Da sind wir Öffentlich-Rechtliche zu verpflichtet. Wir haben zwei Angebote beim BR, die einen hohen Worteinteil haben. Das ist einmal Bayern 2 und das ist B5 aktuell. Vor allem Bayern 2 ist ein Angebot, das sehr hochwertige, sehr teure Produktionen macht. Hörspiel, Wissenschaft, Kultur, Medienkunst, Hörbilder. All das findet dort Platz. Es ist ein ganz klassisches, lineares Radioprogramm. Zu Bayern 2 kommen wir später, denn diese linearen Radioprogramme haben auf Dauer ein großes Problem. Sie werden nämlich nicht mehr so eingeschaltet und so genutzt. Und da trifft auf uns etwas zu, auf die Radio-Audio-Leute, was auch das Fernsehen erlebt. Wenn ihr euch diese Chart anguckt, dann seht ihr, dass die Nutzung von Audio und Video im Internet, vor allem Fernsehen, vor allem Video-Bewegtbild, dramatisch gestiegen ist. Das Radio, da geht es etwas langsamer, aber nicht nur YouTube, sondern natürlich auch Netflix und andere VOD-Dienste sorgen dafür. Und natürlich auch Facebook, dass dieser Content durch die Decke geht. Und so ein Haus, wie das meine, wie der Bayerische Rundfunk, muss sich natürlich schon Gedanken machen, wie wollen wir in Zukunft auf all diesen Plattformen auch angemessen vertreten sein? Wie möchten wir, wie können wir unsere Nutzer noch adäquat erreichen? Und dazu müssen wir natürlich auch viele verschiedene Plattformen bespielen und die Menschen versuchen, über die dann auch zu erreichen. Für die jüngeren Audio-Journalisten im BR ist klar, vermutlich für die meisten jedenfalls, dass die lineare Nutzung zurückgeht, dass das Reinseppen in ein Radioprogramm nicht mehr so funktioniert und das wird auch zurückgehen. Das klassische Radio wird es hoffentlich noch viele Jahre geben, aber die Nutzung wird abnehmen und das sieht man an dieser Chart ganz deutlich. Wenn ihr euch mal Audio-Podcasts aus dem Internet anschaut, dann lässt sich das, worüber gestern und die vergangenen Tage immer wieder gesprochen wurde, nachvollziehen. Podcasts feiern eine kleine Renaissance. Die Nutzung von Podcasts steigt, aber hier kommt die schlechte Nachricht. Wenn man sich die Online-Gesamt, nämlich die 14- bis 29-Jährigen anschaut, dann ist es dort schon wieder beendet. Und wer gewinnt? Die Musik-Streaming-Dienste. Ich zeige euch gleich ein paar Charts und da würde ich dann gerne bitten, dass wir kurz das Videosignal vom Beamer bzw. von meiner Präsentation dann nicht zeigen, weil das interne Daten sind, die nicht zur weiteren Verbreitung vorgesehen sind. Für uns sind zeitsouveräne Angebotsformate extrem wichtig. Natürlich stehen die Audios, die man via RSS-Feed abonniert und herunterladen kann, ganz oben und sind wichtig für uns. Wir nennen solche Audios Sendungen, nicht Podcasts, ihr nennt das Podcasts, wir nennen es Sendungen, es ist aber dasselbe. Unsere großen Mitbewerber, die zukünftig großen Mitbewerber sind Spotify und Deezer und nicht erst seit Böhmermann und Schulz zu Spotify gewechselt sind. Wir verbreiten einzelne ausgewählte Podcasts natürlich auch auf diesen beiden Plattformen, aber wir wissen natürlich auch, hier tut sich etwas und es gibt für uns mehrere Handlungsfelder. Zum einen ist es das Auto. Was passiert eigentlich mit dem Element Audio im Auto? Dieser, die Stitcher gekauft haben, Stitcher in San Francisco, die machen dort sehr viel in diesem Bereich. In-Car-Entertainment, auch Volkswagen im Silicon Valley forscht dort sehr viel in Kombination mit den Smartphones, die man dann nur noch in die Mitte des Autos stellt. Und da ist natürlich DAB kein so großes und angesagtes Thema. Die Frage für uns als Öffentlich-Rechtliche wird sein, wie können wir in diesem stark diversifizierten Audiomarkt mitschwimmen? Wie können wir dort mithalten? Was können wir tun, damit wir dort Relevanz haben? Und jetzt müsste man mal mein Bild hier bitte nicht auf die Leitung geben. Ich würde euch gerne mal kurz unsere Podcast-Abrufe zeigen. Das sind die aus dem März. Das sind die neuesten Zahlen über den Monat hinweg. Der top gefragteste Podcast ist Radiowissen von Bayern 2 und der hat im Monat 3,4 Millionen Abrufe. Und dann gibt es eine Talk-Sendung, eigentlich ein Laber-Podcast. Ja, ist es so. Und 1,2 Millionen Abrufe und dann IQ, Wissenschaft und Forschung. Also ihr seht, das sind so, und das ist eigentlich was Schönes, die harten Themen, die runtergeladen werden. Und dann erst kommt etwas Weicheres, nämlich das Betthubfall. Das ist für die kleinen Kinder ein Kinder-Podcast oder eine Kindersendung. Hier Einzelsendungen. Das dürft ihr auch bitte nicht auf die Leitung gehen. Das ist vom 1.3., also das sind, der hat so 135.000 Downloads. Einfach nur mal, damit ihr einen Überblick erhaltet. Dann kommen wir zu einem Thema, das uns peinlich ist, weil wir im Bereich Audio nicht gut aufgestellt sind und wir präsentieren Audio auch noch schlecht. Nicht zuletzt deshalb gibt es die Unit, die ich gerade mit Musti aufbaue. Wir müssen uns, was Audio angeht, besser positionieren. Da unternehmen wir gerade sehr viel. Aber so sieht unsere Podcast-Website aus. Das ist Internet aus den 2000er Jahren. Das werden wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres deutlich renovieren. Wir haben keinen so schicken Podcast-Player. Kapitelmarken kennt man bei uns nicht. Wir haben über 200 RSS-Feeds, die Podcasts ausspucken. Aber wir müssen hier ganz gewaltig Hausaufgaben machen, um mithalten zu können. So sieht dann so eine Einzel-Podcast-Player-Seite aus. Und warum kümmern wir uns drum und wer vor allem kümmert sich drum? Diese Unit gibt es erst seit Januar vergangenen Jahres, SEP. Der Intendant hat gesagt, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen wieder mehr eigenes Wissen reinholen. Und Tim, du hast ja auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und auch wahrscheinlich zu einer Zeit, als es noch keinen digitalen Audioschnitt gab. Damals gab es Bandmaschinen und große Technik- und Studiomischpulte. Und da waren die Öffentlich-Rechtlichen in Europa gemeinsam mit der EBU führend. Da haben wir die Standards vorgegeben. Mittlerweile sind es Facebook, Apple und Google, die die Standards in der elektronischen Kommunikation weitestgehend definieren. Und wir haben diese Experten nicht mehr. Wir als Öffentlich-Rechtliche haben über Jahre viel extern machen lassen bei Agenturen und haben dort Wissen verloren. Und das wollen wir mit dieser Unit einholen. Wir haben mittlerweile 80 Software-Entwickler nach München geholt, zum Teil frisch von der Uni weg, zum Teil haben wir sie wie den Daniel Büchele, der euch gestern Audition vorgestellt hat, von Facebook abgeworben und anderen Unternehmen. Und machen dort im Moment etwas, was in der gesamten ARD so nicht vorhanden ist. Wir bauen Dinge selbst, wie zum Beispiel die neue Bayern3-Website. Da hat Daniel am CMS oder fast alleine das CMS eigentlich programmiert. Wir verwenden keine gekauften CMS-Systeme mehr. Wir entwickeln und programmieren die selbst. Wir haben eine Nachrichten-App selber gebaut für die beiden führenden Smartphone-Systeme BA24. Das hier auch jetzt vielleicht den Stream kurz wegschalten. Das ist ein Ausschnitt aus der neuen Bayern1-Website, die nächste Woche, glaube ich, online geht. Und wir sind die Ersten, die in der ARD WordPress einsetzen. Und diese Website ist mit WordPress completo tutti gemacht und von uns entwickelt. Und dann bitte das auch jetzt nicht auf den Stream geben. Ja, sorry, das sind Dinge, die kommen erst noch raus. Und das Nächste, was ich euch zeige, ist etwas, das hat auch Daniel programmiert und entwickelt. Und vor allem auch, er hat sogar das Design gemacht. Ich habe vorher über Bayern 2 gesprochen. Bayern 2 ist ein unglaublich teures Hörfunkangebot mit wahnsinnig geilen, gut gemachten Beiträgen, tollen Sendungen. Viele von uns hören aber Bayern 2 nicht, weil viele Sendungen sie nicht interessieren. Bayern 2 ist ein Programm, wo man sich Zeit nehmen müsste eigentlich. Na, es gibt, viele von euch kennen das, diesen NPR One, die NPR One-App. Und Daniel und ein paar Kollegen von Bayern 2, die waren im Herbst, nee Quatsch, im Januar war das erst, Bei NPR in Washington haben sie sich mit den Leuten unterhalten und wir haben diese App nicht nachgebaut. Wir haben sie nach unserem Dafürhalten ein Stück weit weiterentwickelt. Wir mussten auch nicht so viele Rücksichtnahmen machen wie NPR, das in den USA machen musste, weil sie ein riesiges Netzwerk sind, viele Lokalstationen haben. Und hier konnten wir dessen unbenommen ganz eigene Komponenten einbauen, die nur auf Bayern 2 einzahlen. Das wird ein Player sein, der am Anfang in Tinder-liken Style abfragt, welche Interessensgebiete hast du, also was interessiert dich, Dokumentation, Geschichte, Politik, Kultur und so weiter. Und dann, das machst du einmal am Anfang, kannst du noch festlegen, ob du eher kurze audiophonische Stücke hören willst, mittellange oder lange. Und dann lernt die App künftig, wenn man sich diese Beiträge anhört, lernt die App künftig vom Nutzerverhalten, wenn man... Sie stoppt, wenn man zum nächsten Beitrag skippt. Und das sind so ein paar Screenshots. Diese App kommt zu den Medientagen im Herbst raus. Da bauen wir gerade noch das CMS für. So sieht zum Beispiel die Sendungssuche aus, weil die Redaktion gesagt hatte, naja, ist zwar toll, dass ihr so eine App baut, aber was sollen wir mit diesen ganzen Hörerinnen und Hörern machen, die von Bayern 2 kommen und ihr vielleicht angestammte Sendungen suchen in der App. Ich war eher immer dafür zu sagen, wir versuchen ein komplett neues Klientel damit zu erschließen und haben uns dann aber auch, nachdem wir uns mit NPA getroffen haben, dazu entschieden, das nicht so zu machen, sondern auch für die bisherigen Bayern 2-Hörer eine Anlaufstelle zu bieten. Unser Ziel ist es, mit dieser Applikation Leute an Bayern 2 wieder ranzuführen, sie mit dieser Marke vertraut zu machen und ihnen ein ganz eigenes Hörerlebnis zu geben, weil wenn es klappt, wie wir uns das alles ausgedacht haben, die Algorithmen so funktionieren, wie wir sie programmiert haben, dann bekommt man als Nutzer dort überwiegend das zu hören, was einen auch wirklich interessiert. Wie geht es weiter für uns als Bayerischer Rundfunk und deshalb sind wir auch auf das Sendezentrum oder auf euch zugegangen? Wir würden gerne mehr über das Podcasting lernen. Wir überlegen und das könnte man zum Beispiel in München dann diskutieren, ob man vielleicht auch an einer gemeinsamen Plattform arbeitet, die nicht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört, die aber beiden Seiten nutzt. Denn ich glaube, es ist keinem gedient, wenn Audio-Inhalte hinter den Mauern von Spotify, Deezer und anderen verschwinden. Und da würde uns interessieren, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es? Was hättet ihr für ein Interesse? Wir würden auch gerne einfach Dinge, die sich etabliert haben, eventuell übernehmen. Sei es jetzt so einen tollen Podlove-Plugin-Player, Kapitelmarken, so Dinge, die nicht wirklich irgendwo niedergelegt oder definiert sind, weil sich keiner so richtig drum kümmert. Und sind wir ehrlich, Apple und iTunes, die investieren, weil sie damit kein Geld verdienen können, natürlich nicht sehr viel Geld in das Podcasting und in iTunes. Also insofern würde mich interessieren, was glaubt ihr, wohin können wir dort gehen? Wo gibt es eine Möglichkeit der Zusammenarbeit diskutieren? Anschneiden können wir das natürlich jetzt kurz. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr im Herbst bei uns in München zu Gast seid und wir darüber dann ausführlicher auch reden können. Und dann, wen es interessiert, ich hatte es Tim schon gesagt, vielleicht mögt ihr auch mal ein paar Studios von uns angucken, wie das bei den Öffis aussieht, was wir an Technik einsetzen vom Hörspielstudio. Oder wir können auch gerne Leute dazu holen, wenn es darum geht, wie kann man eine Schallisolierung in einem Raum optimieren, ohne dass man sich gleich super teure Sound-Elemente, Schallisolierungselemente kaufen muss. Oder wie könnte eine vernünftige Mikrofonierung aussehen? Also all das, da haben wir echt gute Leute da und die freuen sich, wenn sie ihr Wissen mal wieder an den Mann bringen können. Ja, das ist so viel von mir. Thanks. Ja, vielen Dank soweit. Fragen? Wer hat welche da hinten? Ich hätte zwei Fragen. Die eine Frage, du hast es kurz angesprochen, die Redaktionen. Wie ist denn die Zusammenarbeit dieser neuen Initiative oder der neuen Abteilung mit den Redaktionen? Ich komme ursprünglich mal aus dem Printumfeld und ich weiß, dass die Redaktionen immer eine recht interessante Herausforderung darstellen. Und die zweite Frage, was ihr macht mit App und so weiter. Wie haltet ihr denn die Geschichte mit Regionalität von Bayern 2 und über Regionalität von allem, was dann online passiert? Zweite Frage, wir haben diese BA24-App, wo man bis in den regionalen Raum sich selbst zusammenstellen kann, aus welcher Region man besonders Informationen erhalten möchte, wo es eine Alert-Funktion gibt. Ich hoffe, das beantwortet ist. Das geht eher nicht an den Weg. Okay. Die Internationalität für Bayern 2, das ist ein ganzes Grund. Also meinst du Weltnachrichten? Okay, wir können auch die im Nachhinein dann nochmal versuchen zu beantworten. Und die erste Frage war Zusammenspielredaktion. Ich habe meinen beruflichen Weg bei SWF 3 in Baden-Baden angefangen und das war dort sehr geil, weil die Tontechniker, damals wurde so ein Schnittsystem eingeführt, DIGAS nennt sich das, hat die gesamte ARD mittlerweile. Da saß man sehr eng immer beisammen, hat, wenn ein neues Studio gebaut wurde für SWF 3 oder für das Ding, da hat man sich sehr eng ausgetauscht. Da kamen dann Hersteller rein, man hat sich das alles angeguckt. Das hat sich in der digitalen Welt natürlich verändert und heute kommen natürlich die Redaktionen zu einem mit Mitarbeitern, die vielleicht auch schon jenseits der 50 sind und die sich vielleicht nicht so sehr mit der digitalen Welt auseinandergesetzt haben und dort prallen unterschiedliche Vorstellungen natürlicherweise aufeinander. Und wir wollen einiges anders machen, als bislang es im Bayerischen Rundfunk gehandhabt wurde. Wir machen, wenn wir wie mit Bayern 2 zusammenarbeiten, wöchentliche sogenannte Produktdesign-Meetings, wo wir mit der Redaktion zusammensitzen, die uns sagen, was stellen Sie sich vor, wir wollen Ihre Bedürfnisse besser kennenlernen und dann hirnen wir. Bei uns sitzen nicht nur Techies und Nerds, sondern auch Leute, die wissen, wie coole, gute Produkte in Form von Apps aussehen können. Und da befruchtet sich das dann besser gegenseitig, als das früher der Fall war, wo eine Redaktion kam. Dann gab es eine Abteilung, die ein Pflichtenheft erstellt hat und dieses Pflichtenheft wurde dann einem externen Implementierer gegeben und der hat dann halt programmiert und dann wurden zum Schluss noch die Bugs rausgemacht. Das war nichts Lebendiges, kein Prozess, wo wirklich was Kreatives entstanden ist und wo du dann auch mal schnell reagieren konntest, neue Feature einbauen konntest. Da hing kein Herzblut, das war nicht mit Leidenschaft gemacht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste ja bei allen Medienprodukten, dass man Dinge, eine Website, ein Podcast, eine Fernsehsendung, dass man Leidenschaft dazu braucht. Und dann, das merkt jeder, weil es nämlich authentisch ist. Gibt es eigentlich Bestrebungen oder Ideen bei euch, Formate zu entwickeln, die wirklich nur als Podcast funktionieren? Momentan ist es ja so, dass fast alles, was von den Öffentlich-Rechtlichen als Podcasts angeboten sind, eigentlich eine Zweitverwertung ist von Programmen, die schon linear gelaufen sind. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch die Frage, ob es da auch Überlegungen gibt, so etwas Ähnliches wie ein Label vielleicht sogar zu machen. Also von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen das zu tun, was wir jetzt von den Kastronauten oder 4000 Hertz gehört haben. Ich glaube, da würde sich 4000 Hertz und die Kastronauten vielleicht gar nicht so sehr freuen, wenn wir das mit eigener Kraft machen. Denn dann hieß es gleich wieder, ah, jetzt versuchen die Öffentlich-Rechtlichen gerade so kleine Startups hier wieder platt zu machen, die dort gerade entstehen. Aber unter den jungen Audio-Leuten im Hörfunk bei uns, da weiß ich von vielen, da haben sich kleine Gruppen zusammengetan, die wollen Narrative, Podcasts selbst entwickeln. Und natürlich ist es vorstellbar, aus meiner Perspektive, dass wir von den Kastronauten oder von 4000 Hertz Sendungen einkaufen. Und es gibt rechtlich eben noch ein Problem, denn wir sind dazu verpflichtet, wir können erst Dinge online stellen, wenn sie im Linearen gelaufen sind. Aber da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, wo man einfach noch weiter diskutieren muss. Also es ist zum Beispiel ja so, dass wir auch mittlerweile Videos online stellen, noch bevor sie im linearen Fernsehen gelaufen sind. Also da muss man einfach auch mal mit Juristen reden, mit Rundfunkrechtlern, die sich da deutlich besser auskennen als ich. Aber so etwas ist vorstellbar. Und ich glaube, wir kommen gar nicht umhin, so etwas zu machen. Denn die von mir gerade skizzierten Verbreitungswege über eine App oder über Feeds für Podcatcher, die werden für uns natürlich immer wichtiger. Sprengt jetzt wahrscheinlich so den Rahmen. Aber gibt es denn auch Bemühungen, an der rechtlichen Seite was zu drehen? Also gerade so diese Beschränkung auf den Rundfunk irgendwann mal loszuwerden. Weil ich mag das, was die Öffentlich-Rechtlichen machen. Ich finde das gut und ich habe das Gefühl, das schränkt zu sehr ein und wird das immer mehr machen. Sind wir dran. Passiert auch auf ARD-Ebene, aber auch auf Ebene der Landesrundfunkanstalten viel. Es gibt sogenannte Drei-Stufen-Tests. Ein super komplexer Prozess, um Dinge im Digitalen tun zu können. Und ich erspare euch die Erläuterungen. Da passiert viel mit dem Ergebnis zum Beispiel, dass diese, ich nenne es immer scherzhaft Vorratsdatenspeicherung beim Öffentlich-Rechtlichen, dass wir Sendungen länger vorhalten dürfen als bislang. Aber da gibt es auch Einschränkungen, weil die kommerziellen Anbieter sagen, naja, ihr wirkt ja wettbewerbsverzerrend, wenn ihr das bis in alle Ewigkeit online lasst. Obwohl es abgedeckt ist und bezahlt es mit Gebührengeld an. Aber okay. Ja, erstmal danke für diesen Vortrag. Ich fand den sehr sympathisch und sehr offen und es hat gute Einblicke gegeben. Ich selber habe ein bisschen Erfahrung mit dem WDR, weil ich zehn Jahre im Medienhafen in Düsseldorf gearbeitet habe. Und du hast eben sehr astronomische Zahlen genannt. Also von irgendwie 80 Programmierern und eine Milliarde Jahre. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das, also für uns hier, die meisten klingt das nach unfassbaren Summen. Und das hätte man irgendwie selber auch nur vielleicht ein Prozent davon gerne auf seiner Seite. Hast du das Gefühl, dass diese Mengen wirklich hilfreich sind oder sorgen die auch für erstarrende Prozesse, die dann einen irgendwo ein bisschen handlungsunfähig machen bei so Veränderungen und Fortschritt? Wir müssen im Bayerischen Rundfunk in den nächsten vier Jahren fast 600 Planstellen einsparen, weil wir seit Jahren keine Gebührenerhöhung mehr bekommen haben, weil wir wissen, dass manches effizienter auch gemacht werden kann angesichts der Digitalisierung. Aber wir sind kein Unternehmen, das ist so, das Menschen einfach feuert und auf die Straße setzt, sondern wir müssen mit einer Frühverrentung diese Positionen abbauen. Das tun wir. Eine Milliarde hört sich super viel an, ich weiß. Aber wir machen zwei Fernsehprogramme. ARD Alpha wird von uns komplett in Eigenregie produziert, das bayerische Fernsehen. Acht Hörfunkprogramme, nur fünf davon sind richtige Vollprogramme. Aber Medien, das kostet. Das ist jetzt nicht so, dass wir in Saus und Braus leben. Also ihr werdet es selber, wenn ihr im Herbst kommt, könnt ihr euch davon überzeugen. Wenn ich jeden Kugelschreiber denn nicht bestelle, muss ich ein Formular ausfüllen. Aber nicht für jeden Hashtag, oder? Aber natürlich, also das, was wir jetzt, wir leisten uns Luxus, nämlich wieder Wissen reinzuholen. Weil wir können es uns nicht erlauben, dass uns irgendwann Spotify den Stinkefinger zeigt und andere Unternehmen einfach davonfahren und wir keine Ahnung mehr vom digitalen Geschäft haben. Und deshalb gehen wir dort ins Risiko und machen in diesem Bereich viel, viel mehr als jede öffentlich-rechtliche Anstalt in Deutschland. Weil unser Intendant früh erkannt hat und gesagt hat, das ist doof, wie es im Moment läuft. Wir müssen wieder, wir können, Netflix ist davon gefahren. Auch Spotify kann natürlich Dinge machen, die wir so nicht machen können, rein aus rechtlicher Sicht. Aber wir müssen zumindest aufschließen und das gut machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es nochmal aufgefächert wird, was da an dieser Milliarde auch irgendwie beteiligt ist. Dann ist es ja auch ein bisschen deutlicher, dass es nicht nur für ein paar Radioprogramme benutzt wird. Du kannst, also wirklich, ich ermuntere jeden dazu, es machen die wenigsten. Es kommen dann immer ganz krude Artikel, tauchen dann auf. Aber wenn jeder einfach mal auf unsere Website geht und mit zwei, drei Klicks kann er sich den Wirtschaftsplan des Bayerischen Rundfunks angucken und kann zum Beispiel sehen, wohin die Kohle genau geht, für was das Geld ausgegeben wird. Ich habe noch eine kleine Sache, die uns alle so ein bisschen verbindet. Nämlich, ich habe dieses Wochenende ziemlich viel Kopfnicken für eine These bekommen, wo es darum geht, dass man Leuten den Vorteil von Audioinhalten klar machen muss. Du hattest eben diese schöne Kurve gezeigt, wo Video und Audio und im Netz ist immer dieses Sharing-Problem, wo kriegt man das Audio rein, dass man es darstellt. Meistens muss man es in ein Video verpacken, es gibt dann Probleme. Aber es gibt halt diese Momente, wo es von Vorteil ist, beim Autofahren, wo ich die Hände brauche, wo ich meine Augen brauche, wo ich was koordiniert tun muss, aber eine Hirnhälfte frei ist, um Audioinhalte zu rezipieren. Habt ihr da über die Jahre irgendeine Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, Menschen diese Vorteile klarzumachen und darauf irgendwie hinzuweisen? Haben wir? Nein, lautet die nüchterne Antwort leider. Also du hast diesen Entwurf dieser App gesehen, da sind die Buttons für Play und Pause ganz groß, weil die natürlich im Auto nebenher bedient werden können soll. Ich sage immer auch unseren Redaktionen, dass dieses kleinteilige Audio, dieser anderthalbminütige Korrespondentenbericht, das funktioniert nicht. Also wenn wir das in so eine BA24 App reinstellen, ist es nett, aber die Abrufzahlen, das sind vielleicht ein paar Dutzend, ein paar Hundert. Was funktioniert, sind die euch gezeigten Inhalte der Sendungen. Das geht ab wie Schnitzel. Gute Inhalte, hochwertig produzierte Inhalte, das zieht. Aber ich persönlich glaube, dass wenn sich mal irgendwie eine Zusammenarbeit ergeben würde, die du eben angesprochen hast, die ich extrem wünschenswert fände. Fände ich auch. Dann, dass das eine der Hauptschritte ist, die man eigentlich mal vielleicht angehen müsste in puncto das böse Wort Marketing, dass man Menschen wieder beibringt, was eigentlich der Vorteil von Audio ist und das Video nicht eine Fortführung von Audio ist, sondern eine Ergänzung. Deshalb mein Plädoyer, wir könnten stärker, besser zusammenarbeiten mit euren Inhalten, mit öffentlich-rechtlichen Inhalten auf einer wie auch immer gearteten neutralen Plattform. Wir haben das Software-Know-How, um sowas mittlerweile gut bauen zu können. Bitte nehmt nicht dieses Podcast-Verzeichnis, was wir dort hatten als Referenz. Nehmt eher Daniel Büchele und seine Kolleginnen und Kollegen in München als Referenz. Sowas könnten wir, da sollten wir mal überlegen, ob es sich lohnt, so etwas zu tun. So, letzte Frage. Du hast dich an deine Frage erinnert. Ne, ich habe eine neue. Okay. Du hast sehr schön die Frage schon beantwortet, wie ihr die Redaktion mitnehmt in dem Prozess. Das finde ich aus langjähriger Erfahrung wirklich ein sehr schönes Tool. Wie macht ihr es denn auf der anderen Seite, Richtung Vermarktungsorganisationen? Weil das ist ja auch einer der Hauptpunkte in Sachen Podcasting oder in Sachen Vermarktung von Zeitungen oder von traditionellen Inhalten generell. Wie nehmt ihr die Vermarktungsleute mit, also den Verkauf? Kurze Antwort lautet User Lab. Wir haben ein Stockwerk tiefer bei uns. Besteht erst seit Januar ein sogenanntes User Lab, was auch von uns betrieben wird. Dort laden wir Nutzer entweder extern ein oder Redaktionen, die diese Bayern 2 App zum Beispiel noch nicht gesehen haben. Da sind Kameras drin, die setzen sich dort rein. Die Marketingleute gucken auch mit zu. Und dann werden dort Webseiten, Apps und so weiter getestet. Und wir geben die nur Leuten, die die vorher nicht gesehen haben und beobachten einfach, wie sie damit umgehen. Und die Marketingleute und wir lernen dann gemeinsam drauf, welchen USP könnte man in einer Kampagne vielleicht da verfolgen. Jetzt ist Bayern 2 ein Programm, was echt viele Ressourcen bindet. Und die haben natürlich auch nicht so viel Kohle, um große Marketingaktionen machen zu können. Deswegen muss man dort sehr viel in sogenannte Below-the-Line-Marketing-Aktionen denken. Und das wird dann in der Richtung eher passieren. Und wir hoffen, dass wir diese Medientage in München als Hub dafür benutzen können. Ja, ihr seht, echte Raketentechnik beim Öffentlich-Rechtlichen. Vielen Dank, Markus, für den Vortrag. Vielen Dank.